hey leute mein name ist bergtussi ich hoffe euch geht es einem gut wir wollen uns für das horde event bei dem festungsbau noch mal ein anderes design anschauen und bevor ich jetzt anfange zu bauen möchte ich noch eine kleine sache zeigen und dafür habe ich was vorbereitet die ecken oder alles was aus holz gebaut ist sagen wir mal so rum sind die haupt angriffspunkte in der horde von den hüllen man muss es immer dazu sagen wenn wir die ganze pyramide offen lassen das heißt wenn wir jetzt noch anfangen das machen ja ganz ganz viele anfangen hier noch wände vorzuziehen dann ist egal welche wand egal was dann werden die mobs hier durchgehen genauso wie sie hier durchgehen wollen wenn wir das allerdings offen lassen die komplette pyramide offen lassen und sagen ihr habt ihr dürft auf die pyramide gehen wie ihr wollt werden die mobs hier hochlaufen wenn sie an dieser stelle sind werden sie nicht hier durch diese wand gehen sondern sie werden weiter hochlaufen und hier oben durch die wand gehen wenn die mobs leicht von der seite kommen und sie selbst hier rauf laufen gehen sie rüber und greifen die ecke an und werden so gesehen durch die ecke versuchen du in die zum kord zu kommen durch die ecke oder natürlich durch die andere ecke oder von oben das heißt diese wände die hier an den seiten sind die werden zwar angegriffen aber nicht hauptsächlich das heißt von zehn mobs die kommen und hier hochlaufen bleibt einer hier stehen und würde auf diese wand schlagen der rest würde nach oben laufen oder in die ecke laufen so und jetzt würde ich sagen bauen mit 100 holz 100 stein und 100 metall noch mal ein neues design hierhin weil dieses design ist einerseits um einiges ressourcen armor und hat um einiges mehr sinn wenn man sich das ganze naja ich werde es auch gleich erklären wollte ich gerade sagen wenn man sich das ganze vorstellt aber vorstellen wollen wir uns ja nichts so wir könnten das rein theoretisch wenn wir das nur auf einer pyramide also nur auf das minimum bauen wollen und keine verteidigung selber an unserem korps bauen wollen könnten das ganze mit stein einfach einbauen da ich jetzt mal ins maximum gehen möchte da ich auch noch ein paar naja fallen werden wir nicht anbringen die könnte man dementsprechend dann im kampf anbringen aber mal ein paar möglichkeiten für fallen nehmen das heißt wir werden auf jeden fall hier das ganze mit holz einbauen bis da und bis hier die ecke hier hinten werden wir offen lassen warum werden wir die ecke offen lassen naja die mobs laufen nicht mehr wenn sie man muss es immer dazu sagen die pfeile markieren von wo die mobs kommen ich glaube das weiß mittlerweile jeder selbst wenn die mobs von hier aus kommen aus dieser ecke kommen sollten also wie gesagt irgendwo ein weg hochgelaufen bis dann und aus dieser ecke kommen sollten laufen sie da greifen sie diese ecke an speziell oder gehen zu der ecke greifen noch diese ecke an aber bevor sie diese ecke dahinten angreifen gehen sie hier vorne hin das heißt sie haben drei ecken oder drei möglichkeiten wo sie angreifen können es werden muss man immer zu sagen von zehn mobs wird einer hier hinten rumlaufen da hier das ganze eh noch geschlossen wird ist uns das relativ egal so da wir jetzt auf jeden fall wissen schon mal was sie auf jeden fall schon gesagt dass die ecken sind eigentlich interessanter als der weg selber das heißt in dem weg selber gut mit holz sollten wir es vielleicht nicht bauen das muss man immer dazu sagen weil ein oder naja ein berserker der jetzt hier ankommt läuft hier hoch kann das ganze nicht angreifen weil schräge wände können sie nicht angreifen sie können nur gerade wände angreifen oder nur normale wände angreifen würde also hochlaufen oben über das links über die pyramide rüber und auf die andere seite runter naja der eine mob der dann doch hier stehen bleibt und es wird halt immer wieder ein mob hier stehen bleiben der würde diese holzwand relativ schnell kaputt hauen und wenn diese erste holzwand oder der erste weg in der pyramide kaputt ist naja dann gehen sie alle durch das loch und wollen halt den schnellsten weg gehen anstatt dass sie dann die ecken angreifen das heißt wir sollten auf jeden fall diesen bereich naja mit stein bauen aber wir müssen es und nicht unbedingt mit metall bauen oder sonst irgendwas weil mit metall sollten wir eher die ecken bauen darunter haben wir holz ecken also so gesehen ja nicht wirklich die stärksten ecken die darunter sind aber da sie ja eh die ecke von außen die äußere ecke darf ja eigentlich oder sollte ja eigentlich schon nicht kaputt gehen dementsprechend werden wir die ecken hier aus metall setzen genauso wie wir oben den boden aus metall setzen werden das ganze erstmal aus metall gesetzt dann werden wir hier oben noch den boden aus metall setzen und jetzt haben wir natürlich noch ganz viel holz über weil mit holz haben wir noch gar nichts gebaut beziehungsweise und ein paar ecken gebaut und wir haben noch 20 stein über das orientieren wir uns erstmal aus welcher richtung sie kommen sie kommen von einmal aus der seite und von der seite das heißt wir werden auf die seite und zwar auf die gegensätze seite türrahmen aus stein setzen genau zwei stück mehr können wir nicht sitzen setzen dann bleibt diese seite offen wäre auch egal selbst wenn ein berserker kommen würde der würde immer noch hier hoch chargen hier längst chargen hier durch chargen und hier rüber chargen das heißt die komplette pyramide egal wo er längst geht egal wie er kommt er würde immer über das ding rüber laufen so jetzt wollen wir aber noch ein bisschen mehr verteidigung auf das ganze rauf bringen oder sollten wir auf jeden fall jetzt werden wir erstmal uns natürlich oben hier oben kommt natürlich auch noch mal eine metall decke drauf das heißt man muss es mal dazu sagen wir können hier eine verteidigung also hier wandfeil oder wand eine wand boden katapult anlage was auch immer ne wand boden katapult nicht aber eine bodenfalle hinlegen an die stelle wir können hier unten eine bodenfalle hinlegen wir können hier oben ein deckengas anbringen das heißt die mobs die versuchen von hier aus durch den boden durchzugehen werden auf jeden fall von unten auf gespießt von oben vergast naja und die mobs die durch die ecken gehen wollen die haben bis jetzt noch keine verteidigung allerdings haben sie die ist am schwierigsten sie haben metall hat natürlich um einiges mehr leben muss man immer dazu sagen als stein also jetzt wollen wir aber auf jeden fall diese steinwände für diese ein zwei mobs die immer wieder hier hochlaufen und die auch immer wieder hier stehen bleiben werden da können wir dagegen machen wollen auch noch diese steinwand ein bisschen verteidigen ist natürlich kein problem wir setzen einfach noch mal zwei wände raus so jetzt könnten wir da oben nochmal mit deckengasfalle würde nichts bringen also wenn der mob hier steht würde deckengasfalle noch auslösen wenn der mob hier steht würde deckengasfalle nicht mehr auslösen allerdings könnte man da oben reifenstapel ran setzen naja der reifenstapel würde den ein mob der hier steht auf jeden fall töten und alle weiteren mobs die jetzt noch kommen haben keine möglichkeit mehr hier längs zu laufen also würden sie sowieso auf die ecken ausweichen gut die ecken haben wir noch nicht verteidigt könnten wir rein theoretisch auch noch da wir das ganze aber erstmal schön symmetrisch bauen wollen können wir uns natürlich unsere wände natürlich passieren rausziehen weil wie gesagt die mobs werden von da kommen die mobs werden auch schräg hierüber laufen sie werden von dahinten kommen und auch schräg hierüber laufen also sollte man natürlich überall diese reifenstapel in allen winkeln schon mal haben man muss immer noch zu sagen wenn ein berserker kommt und hier liegt ein reifenstapel der chargt an der ist immer noch in der charge animation er wird hier auch nicht stehen bleiben so weit der reifenstapel verschwindet chargt er weiter entweder kommt er dann hier zum stehen oder irgendwo hier zum stehen naja und von da aus wird er dann weil er hier in der base stehen würde würde er dann langsam anfangen in der base anzugreifen aber so weit sollte er eigentlich gar nicht kommen so wenn wir die ecken natürlich auch noch schließen wollen können wir das ganze natürlich auch noch machen und könnten sagen alles klar wir haben ja noch genug holz wir wollen noch mal hier an der stelle noch mal holz anbringen also noch mal noch mal oben wie gesagt oben holz da holz drauf da holz drauf da hinten holz drauf und damit könnten wir dann einfach noch mal sagen packen noch mal reifenstapel dahin und dementsprechend würden auch die mobs die in den ecken sind sterben was man natürlich ja was man natürlich eigentlich möchte dass wir das nirgendwo rumstehen und nirgendwo was machen aber das ganze sparen wir uns wir werden erstmal mehr verteidigung auf die hauptlinie bringen also wir werden hier noch ein paar wände anziehen jetzt denken sich ganz viele so warte mal das ist doch völlig wachsinnig was du da machst das da rum so da wird eine wand fallschussanlage hinkommen da kommt eine hin da kommt eine hin und da kommt eine hin hier kommt ein spiel also was auch immer was egal was man da hinbaut ob es jetzt spitzen sind ob es also so ein bodenstachel ist ob es jetzt ein bodengriller ist ganz egal oben drüber kommt eine decken gasfalle an den ganzen anderen plätzen die ein bisschen weiter drüber hängen kommen reifenstapel ran naja also alles was hier oben steht wird von unten aufgespießt von oben vergast und von vier feilschussanlagen gleichzeitig beschossen hier oben stirbt alles instant selbst ein berserker der hier oben rüber charge der ist ziemlich instant tot gut jetzt haben wir natürlich noch 30 holz über und diese 30 holz sind auch schon noch die 30 holz sich eben noch meinte das heißt man könnte noch hier eine platte hinsetzen da eine platte und hier drüben noch eine platte würde noch einen weiteren reifenstapel daran setzen nur für die mobs die hier sind man muss immer sagen die mobs laufen überall hoch das heißt hier läuft einer hoch reifenstapel fällt runter hier läuft einer hoch reifenstapel fällt runter nur mal angenommen es würden überall reifenstapel liegen die mobs würden hier vorstehen und warten dass die mob dass die reifenstapel endlich weggehen damit sie dann endlich weiter laufen können und dann endlich die ecke angreifen können bzw endlich oben die platte angreifen können also dieses system ist sage ich mal mit das beste verteidigungssystem was man bauen kann man muss immer dazu sagen wenn wir das ganze nachher aufwerten wollen und das ganze mit mehr ressourcen bauen wollen das ganze werde ich natürlich auch noch zeigen werden diese ecken wegnehmen werden die ecken ein bisschen nach unten setzen dass die ecken so gesehen auf dieser höhe schon kommen aber das ganze werdet ihr sehen das werden wir auf jeden fall uns in der nächsten episode angucken und dann bauen wir so gesehen eine ja zwei pyramiden übereinander und wir haben oben eine viel höhere spitze und können unten natürlich einmal auf der höhe stehen und nochmal auf einer anderen höhe sieht super cool aus ein super cooles design und dafür nutzen wir natürlich auch um einiges mehr platz aus leute ich danke fürs reinschauen wir sehen uns auf jeden fall im nächsten gameplay ist ein sehr cooles design und vor allen dingen ist diese pyramide was unten angeht und das darf man immer nicht vergessen was unten angeht hat sie genauso viel verteidigung bis auf diese eine kleine ecke genauso viel verteidigung als wenn wir die pyramide umdrehen würden so dass wir hier den vorteil haben berserker kommt berserker läuft drüber berserker ist weg und hat die base nicht einmal angegriffen haltet ihr uns steif leute wir sehen uns macht's gut bis dann ciao ciao